Hallo ihr Grußen und kleinen Träumer da draußen, mein Name ist Damakasch und du siehst den nächsten Gutschein-Code aus dem Starstable Adventskalender. Und heute wird Fensterchen Nummer 22 aufgemacht und das heutige Geschenk ist vier druckfertige Malvorlagen. Da kommen Sachen, da rechne ich im Leben nicht mit, okay? Da bist du also zu Hause während der Festtage und umgeben von einer schläfrigen Familie und schlechten Filmen im Fernsehen. Und wie kann man diese Langeweile bekämpfen? Ganz einfach, mit den heutigen gratis Starstable Malvorlagen. Juhu! Gut, und die Links zum Runterladen findest du wie immer in der Infobox und auch in den Kommentaren habe ich sie dir reingeschrieben, damit du sie schneller finden kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Ausmalen und bin mal gespannt, ob wir das Set überhaupt noch voll kriegen. Bis morgen früh! Ciao, ciao! Deine Damakasch